Wenn wir in einem anderen Land studieren oder in eine neue Stadt ziehen, sind wir oft einer Kultur ausgesetzt, die sich von unserer unterscheidet. Wir müssen vier Phasen des Übergangs durchlaufen. Flitterwochen, Frustration, Anpassung und Integration. Während der zweiten Phase erleben einige einen echten Kulturschock. Schwere Formen können zu Reaktionen führen, die ärztliche Hilfe erfordern. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns an, was typischerweise passiert. In Phase 1, den Flitterwochen, ist alles wunderschön. Die Menschen sind freundlich, die Kultur ist reich und die Lebensweise der Einheimischen faszinierend. Wir sind optimistisch und begeistert von all den Unterschieden. In Phase 2 verspüren wir Frustration. Die Realität setzt ein. Wir erkennen, dass es viele Barrieren gibt, um mit Menschen in Kontakt zu treten und haben Schwierigkeiten mit den sozialen Normen. Wir beginnen, lokale Traditionen abzulehnen und bekommen Heimweh. Die Phase der Anpassung ist durch eine wachsende Vertrautheit mit unserer neuen Lebensweise gekennzeichnet. Wir beginnen, die neuen Bräuche zu verstehen, erwerben Sprachkenntnisse und finden lokale Freunde. Wir fühlen uns wohler. Die letzte Phase ist die Integration. In dieser Phase gewinnen wir ein Gefühl der Zugehörigkeit und können vollständig an der neuen Kultur teilnehmen, während wir unsere eigene Identität bewahren. Diese Phase wird als Meisterung bezeichnet. Wir beginnen, uns wie zu Hause zu fühlen. Aber nicht jeder erreicht diesen Punkt. Manche Menschen sind monatelang von der fremden Kultur begeistert, während andere schon am ersten Tag frustriert sind. Dann gibt es diejenigen, die einen so starken Kulturschock erleben, dass sie abreisen, bevor sie sich anpassen können. Das Pariser Syndrom ist die extremste Form des Kulturschocks. Es betrifft typischerweise einige japanische Touristen, die mit Begeisterung und romantischen Erwartungen in die französische Hauptstadt kommen, aber dann mit Schmutz und Arroganz konfrontiert werden. Die rund 20 Reisenden, die jedes Jahr betroffen sind, erleben eine breite Palette von psychiatrischen und psychosomatischen Symptomen, darunter Angstzustände, Halluzinationen und Erbrechen. Sie verlassen die Stadt tief verstört, bevor sie sich anpassen können. Diejenigen, die sich an eine neue Gesellschaft angepasst haben, können überrascht sein, wenn sie schließlich nach Hause zurückkehren. Nach einer weiteren Flitterwochenphase erleben sie oft einen umgekehrten Kulturschock und erkennen, wie sehr sie sich von ihrem alten Lebensstil entfremdet haben. Aber es kann noch schlimmer kommen. Menschen, die unfreiwillig in eine neue Kultur versetzt werden, überspringen oft die Flitterwochenphase und geraten direkt in die Frustrationsphase. Ohne die richtige Unterstützung können sie sich nie wirklich einleben, sich nicht anpassen und bleiben dauerhaft frustriert. Studien zeigen, dass Kleinkinder, die an ihren ersten Tagen im Kindergarten ohne Begleitung gelassen werden, so viel Angst haben, dass sie keine Bindung zu ihren Lehrerinnen und Lehrern aufbauen können. Infolgedessen bleiben sie ängstlich und fehlen deutlich häufiger während ihrer gesamten Kindergartenzeit. Deshalb fordern gute Kindergärten oft, dass Eltern bei ihren Kindern bleiben, bis sie sich vollständig eingewöhnt haben. Die ursprüngliche Forschung zum Kulturschock wurde in den 1950er Jahren von Sverre Lysgaard durchgeführt. Der Soziologe hatte mit vielen Menschen aus Norwegen gesprochen, die Zeit in den USA verbracht hatten, hauptsächlich aus akademischen Gründen. Er analysierte seine Interviews und erkannte ein klares Muster. Die Kulturschockkurve, die Glück auf eine Achse und Monate in einem fremden Land auf der anderen Achse zeigt, weist darauf hin, dass die Flitterwochenphase im Durchschnitt etwa zwei Monate dauert. Dann folgen etwa sechs Monate der Frustration, bevor die Anpassung erfolgt. Die Integration beginnt nach etwa einem Jahr. Und was ist mit dir? Bist du jemals ins Ausland gereist oder in ein anderes Land gezogen und hast die vier Phasen erlebt? Teile deine Gedanken über die Theorie und deine persönlichen Erfahrungen in den Kommentaren unten. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com slash sprouts.